Airbrush oder nicht Airbrush? Ihre Vergangenheit kann Lady Gaga nicht wegwischen, wie ein Foto beweist, das jetzt im Netz aufgetaucht ist. Darauf zu sehen, Photoshop-Kunst vom Feinsten. Das Originalfoto ist von einem Act-Shooting mit Mario Testino aus 2009. Nachdem die Photoshop-Crew darüber hergefallen ist, hat die 28-Jährige nicht nur eine makellose Haut, ihr ganzer Körper ist um einiges schlanker, um nicht zu sagen dürr beim Anblick dieser Rippen. Aber es ist nicht das erste Mal, dass ein unbearbeitetes Foto von Lady Gaga aufgetaucht ist. In einer Kampagne von Versace sieht die Sängerin fast gewöhnlich aus. Ungeschminkt, etwas müde und sogar mit Augenrändern. Die Sängerin gibt offen zu, dass sie sich im ständigen Kampf mit ihrem Körper befindet. Es gäbe Tage, sagt sie, an denen fühlt sie sich fantastisch. Dennoch sei sie eine gequälte Seele. Aber sie kann wohl nicht aus ihrer Haut. The Show must go on.